Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation. In ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Ich begrüße Sie zu TV Allgäu Nachrichten. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das sind die Themen am heutigen Dienstag. Renaturierung Schorenmoos. Interessensgemeinschaft in Dietmannsried kämpft gegen Wiedervernässung. Kinder in Not. Kinderbrücke Allgäu verteilt Körperpflegeprodukte über Tafeln. Und Sport verbindet. Europäisches Schulsportfest in Reute und Hohenschwangau. Das Schorenmoos bei Dietmannsried sorgt derzeit für Diskussionsbedarf. Das ehemalige Hochmoor nördlich von Käsers soll renaturiert werden. Das wurde im Rahmen der Gebietsbetreuung Allgäuer Moore beschlossen. Wenn es nach dem zuständigen Forstbetrieb Otto Beuren geht, könnte es mit der Wiedervernässung auch losgehen. Nur die Anwohner haben da etwas dagegen. In einer Interessensgemeinschaft haben sie sich zusammengeschlossen, um für das Schorenmoos zu kämpfen. Nein zur Abholzung. Die Interessensgemeinschaft Schorenmoos-Allianz setzt klare Zeichen. Worum es geht? Der knapp 60 Hektar große Hochmoorbereich in Käsers bei Dietmannsried soll renaturiert werden. Sprich, Bäume werden gefällt, die Fläche wird wieder vernässt. Die Anwohner fürchten nun, dass ein für sie wichtiges Naherholungsgebiet verloren geht. Wir befürchten ganz einfach, dass es ein Naturparadies, so wie es momentan hier noch gibt, dass diese Vielfalt in den nächsten 10 bis 20 Jahren verloren geht. Im vergangenen Jahrhundert wurde der Hochmoorkern im Moos entwässert, abgetorft und aufgeforstet. In vielen Bereichen konnte sich das Moor aber regenerieren. Seit fast 60 Jahren nun steht das Fleckchen Grün unberührt da. Das wollen Vertreter der Bayerischen Staatsforsten und der Naturschutzbehörde nun ändern. Aus diesem Moor soll wieder ein wachsendes Moor werden. Im Moment ist es ein schrumpfendes Moor. Auch wenn man das nicht sieht, das geht natürlich sehr langsam vor sich, mit entsprechendem Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid, aber auch Lachgas und andere klimaschädliche Gase. Also das muss man, wenn man es macht, gescheit machen oder gleich sein lassen. Ganz oder gar nicht, genau das möchte die Interessensgemeinschaft nicht hören. Ihr geht das gesamte Projekt zu weit und viel zu schnell. Also die Interessensgemeinschaft ist nicht grundsätzlich dagegen. Die Interessensgemeinschaft will eingebunden sein, um das Paradies so zu erhalten. Wir wollen auch die Nass- und Moorflächen, die es jetzt gibt, erhalten. Wir sind nur gegen diese Hauruck-Politik, die jetzt vonstatten geht. Das heißt, wir sind in keinster Weise eingebunden und fühlen uns einfach selbst von den nähesten Volksvertretern, sogar von der Gemeinde, fühlen wir uns alleingelassen. Im zuständigen Forstbetrieb in Ottobeuren lässt man dieses Argument nicht gelten. Wir waren schon öfters beieinander. Die haben von dem Redaktionsplan alles das, was sie bräuchten, wenn es um die Bedenken geht. Die Schornmoos-Allianz hat aber noch weitgehendere Befürchtungen. Da für die Renaturierung die künstlichen Entwässerungsgräben angestaut und Gehölze entfernt werden müssen, könnte ihrer Meinung nach der Grundwasserspiegel auch in den umliegenden Flurstücken ansteigen. Das wiederum könnte zu Schäden an den umliegenden Häusern führen. Weil so eine Vernässung und so ein Grundwasseranstieg ja über viele Jahre passiert, das heißt, wie will der Privatmann in 15 Jahren beweisen, dass das passiert ist durch die Wiedervernässung. Das heißt, es gibt einen Rechtsstreit, der unabsehbar ist für die Anlieger. Also die Planung ist so angelegt, dass das überhaupt nicht passieren kann. Aber wir werden auch da mit Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Wasserwirtschaftsamt schauen, dass wir da eine Beweissicherung machen. Und es ist einfach von den Gegebenheiten her eigentlich auszuschließen. Wenn das so wäre, muss ich sagen, wäre für mich das Projekt gestorben. Die Interessensgemeinschaft will sich so schnell nicht geschlagen geben. Ihnen wäre es am liebsten, in die Planungen einbezogen zu werden und die Kartierung noch einmal zusammen mit den Behörden zu überarbeiten. Der Forstbetrieb Otto Beuren bezieht dazu eine klare Position. Zusätzliche Infos für die Bürger ja, die Planungen noch ändern nein. Wir könnten im Zweifel kurzfristig loslegen, aber wir werden jetzt zuerst einmal warten. Wir haben ja noch eine große Informationsveranstaltung. Da sind dann alle möglichen Fachleute da, die die Geschichten auf Fragen, auf Bedenken natürlich viel besser noch beantworten können als ich. Es scheint, als wäre das Projekt Schornmoos beschlossene Sache. Wann allerdings mit den Maßnahmen begonnen werden soll, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ein bisschen Zeit bleibt den betroffenen Parteien also noch, um gemeinsam auf einen grünen Zweig zu kommen. Eine Infoveranstaltung zum Thema Schornmoos findet am Donnerstag, 25. Oktober, um 20 Uhr im Goldenen Hirsch in Schrattenbach statt. Wie viel Geld geben Sie eigentlich im Monat für Ihre Hygieneartikel aus? Für Shampoo, Zahnpasta, Haarspray und Co? Bestimmt mehr als 15 Euro. Genau das ist aber die Summe, die ein erwachsener Hartz-IV-Empfänger monatlich für seine sogenannte Gesundheitspflege zur Verfügung hat. Nicht gerade viel. Bei den Kindern sieht es natürlich noch einmal anders aus. Laut der Einzelberechnung des Regelsatzes haben 7- bis 14-Jährige nicht einmal 5 Euro für Hygieneartikel zur Verfügung. Da fehlt es dann oft an allen Ecken und Enden. Und genau da will der Verein Kinderbrücke Allgäu helfen. Shampoo, Duschgel, Zahnpasta. Was für viele von uns ganz selbstverständlich zum alltäglichen Bedarf gehört, ist für Hartz-IV-Empfänger oder andere Bedürftige leider oft Luxusgut. Besonders Eltern in finanziellen Schwierigkeiten würden an diesen Artikeln für ihre Kinder sparen, weiß Sabine Wurks-Seitz von der Hilfsorganisation Kinderbrücke Allgäu. Deshalb hat sie sich mit ihrem Verein ein Paket mit verschiedenen Pflegeartikeln einfallen lassen, das über die Tafeln im Allgäu an bedürftige Kinder verteilt wird. Und wie groß der Bedarf nach diesen Artikeln sei, das habe sie durch einen befreundeten Zahnarzt erfahren. Diese unglaubliche Geschichte, die unser Zahnarzt im Komitee uns erzählt hat, dass er ein kleines Kind auf dem Stuhl hatte, bei dem die Zähne wirklich schlecht geputzt waren und mit dem er geschimpft hat, weil man muss doch seine Zähne pflegen. Und dieses Kind dann ganz verscheut, verschreckt geantwortet hat, ich wollte ja putzen, aber die Zahnbürste war besetzt bei uns und ich konnte nicht putzen. Und ja, das hat uns bewogen, diese unglaubliche Geschichte zu versuchen, zumindest mal die Familien, die in den Tafelläden einkaufsberechtigt sind, deren Kinder mit solchen Artikeln zu versorgen. Eine Druckeriekette, ein Hersteller von Babyprodukten, Zahnpflegehersteller, Partner, die beim Füllen der Pakete helfen können, wurden schnell gefunden. Dann habe ich diese Firmen angerufen und bin da eigentlich offene Türen eingelaufen, weil die alle von Anfang an von diesem Projekt begeistert waren und gesagt haben, ja, das machen wir, da unterstützen wir euch, das ist regional, das ist hier im Allgäu, wir sind Allgäuer Firmen und unterstützen euch da sehr gerne. Einen ganz besonderen regionalen Partner habe man in den Allgäuer Werkstätten gefunden. Hier werden die Pakete nicht nur gepackt und an die Tafeln ausgeliefert, sondern auch Seifen und Dusch geht's für den Inhalt der Packungen hergestellt. Auch zukünftig wolle man das Projekt weiter unterstützen. Die Arbeit wird weitergehen, dass ja die Tafelläden ausgeweitet werden laut der Kinderbrücke, dass die ganze Sache ja gewisse Größenordnung hat, die wir mit begleiten wollen. Wir haben die Kapazität und haben uns darauf eingestellt, dass wir von den Allgäuer Werkstätten weiterhin diese Aktion der Kinderbrücke unterstützen, weil es auch mal schön, wenn man Menschen mit Behinderung mal etwas für nichtbehinderte Menschen, die in Not sind, auch tun können. Der Inhalt der Packungen reicht für jeweils drei Monate und ist an verschiedene Altersgruppen sowie Jungen und Mädchen angepasst. Im November beginnt dann die Arbeit an den nächsten Paketen, damit diese pünktlich zur Adventszeit wieder Kinder glücklich machen können. Ein glückliches Kind mehr gibt es seit kurzem auch in Jordanien. Die Allgäu Orient Rallye sammelt im Rahmen ihres Hilfsprojekts Hörgeräte, die in Deutschland nicht mehr gebraucht werden. Die werden gereinigt und überholt. Anschließend bekommen schwerhörige Kinder in Jordanien die Geräte eingesetzt und angepasst. Und so hat jetzt ein jordanisches Kind das 1.000. Hörgerät des Hilfsprojekts der Allgäu Orient Rallye bekommen. Weitere Meldungen des Tages haben wir gleich für Sie in Kompakt. 23 Stufen führen hinab zu einem ganz besonderen Ort. Die Erasmuskapelle unter dem Kemptener St. Mangplatz. Ihre Mauern erzählen eine spannende Geschichte, die auch Sie begeistern wird. Die Kirchengemeinde ist mir wichtig. Wir wollen mitgestalten. Wir engagieren uns gerne in der Kirchengemeinde. Damit das alles so weitergeht, brauchen wir einen Kirchenvorstand, der Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, ich wähle, ich gehe zum Wählen. Natürlich ablehnen. Ich mache weiter. Ich traue mich wieder essen. Ich spüre mich wieder. Kein Kind muss dick sein. Ernährungsberatung mit Verena Berger. Wohlfühlgewicht und Genuss beim Essen heißt Freude am Leben. Du kannst so vieles erst verstehen, wenn du dir selbst die Neugier lässt. Wer Augen schließt, um Schönes nur zu sehen, der wird dem Blinden gleich und vieles ihm entgehen von all dem weltgewordenen Rest. Gestatte dir, dich hinzuneigen, zu dem, was dich zur Frage drängt. Das ist uns Menschen seltsam eigen. Drum möge man uns bitte zeigen, wie alles stets zusammenhängt. Täglich mehr als eine Antwort. Die Meldungen vom 9. Oktober 2012. Grausiger Fund im Benninger Wald im Unterallgäu. Dort fand ein Mann beim Pilzesuchen einen skelettierten Schädel, nach Angaben der Polizei eindeutig von einem Menschen. Die sofort eingeschaltete Spurensicherung aus Memmingen fand im Umfeld noch zwei weitere menschliche Knochenteile. Sie dürften ebenso wie der Schädel mehr als 20 Jahre im Wald gelegen haben. Hinweise darauf, um wen es sich bei der Toten oder dem Toten handelt, gibt es noch nicht. Ein Rechtsmediziner und die Kriminalpolizei Memmingen befassen sich jetzt mit den weiteren Ermittlungen. Ein Spaziergänger hat gestern in der Nähe einer Kiesbank in der Trettach bei Oberstdorf einen toten Mann gefunden. Der 69-jährige Urlauber aus Rheinland-Pfalz war zuletzt am Sonntag in seiner Frühstückspension gesehen worden. Als Todesursache nimmt die Polizei Kempten einen Unfall in Verbindung mit gesundheitlichen Problemen des Mannes an. Die Allgäu-Walser-Karte soll auch im Landkreis Lindau eingeführt werden. Das hat der Kreisausschuss für Wirtschafts- und Regionalentwicklung entschieden. Ein entsprechendes Konzept zur Weiterentwicklung der Karte wird jetzt erarbeitet. Insgesamt interessieren sich 13 Westallgäuer Gemeinden für die Einführung der Allgäu-Walser-Karte. Der Landkreis Lindau stellt für die Einführung der Karte 80.000 Euro als Anschubfinanzierung zur Verfügung. Die Allgäu-Walser-Karte bietet derzeit Touristen im Oberallgäu und im Kleinwalsertal viele Vergünstigungen. Wer morgen im Westallgäu zum Arzt gehen möchte, muss damit rechnen, vor verschlossenen Türen zu stehen. Die Ärzte dort beteiligen sich an einem bundesweiten Protesttag, mit dem sie noch einmal ihre Forderung nach mehr Honorar und weniger Bürokratie Gewicht verleihen wollen. Letzte Woche sind Verhandlungen zu dem Thema zwischen Vertretern der Ärzteschaft und der Krankenkassen ergebnislos vertagt worden. Der Protestmarsch soll vom Berliner Platz Richtung Altes Haus auf der Insel in Lindau ziehen. Für Menschen, die am Mittwoch dringend zum Arzt müssen, ist ein Notdienst eingerichtet. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonhotline 116 117. In Heimenkirche ist am Wochenende die neu gestaltete Bahnhofstraße offiziell für den Bundesstraßenverkehr freigegeben worden. Bis zum Umbau der Straße war der Durchgangsverkehr durch das Zentrum der Gemeinde geflossen. Die Verlegung sollte einen verkehrsberuhigteren Ortskern schaffen und dem Straßendorf eine richtige Mitte geben. Um dem Verkehr Platz zu schaffen, mussten fünf Gebäude der Bahnhofstraße abgerissen werden. Die Riedberg-Passstrecke wird aufgrund von Asphaltierungsarbeiten von Donnerstag bis Samstag dieser Woche vollständig gesperrt. Die Sperrung betrifft die Obermeiselsteiner Talseite. Die Passhöhe ist noch über Walderschwang erreichbar. Der Verkehr wird umgeleitet. Rund um den Käse ging es am Wochenende beim dritten Allgäuer Käsekapp in Weiler-Simmerberg. Neben einem Bauern-, Käse- und Heimwerkermarkt stand auch ein großer Käsewettbewerb auf dem Programm. Rund 100 Laienprüfer hatten sich angemeldet und konnten aus vier unterschiedlichen Arten je zehn verschiedene Käse testen. Dann wurde unter anderem nach Geschmack und Mundgefühl bewertet. 26 Käsehersteller hatten dafür ihre Produkte zur Verfügung gestellt. Auch ein Kinderprogramm war geboten. Höhepunkt hierbei war dann ein Weltrekordversuch, bei dem tatsächlich mit 284 Fahrzeugen die größte Drehtraktorschlange der Welt gebildet werden konnte. Jetzt hat die Mindelheimer Baufirma Riebel auch ihre Hochbausparte an die Memminger Firma Kutter verkauft. Das teilt Riebel nun mit. Betroffen seien 135 Mitarbeiter. Diese sollen aber ihre Arbeitsplätze und bis dato erworbenen Ansprüche behalten, heißt es in der schriftlichen Mitteilung. Agieren wird das Unternehmen auch weiterhin unter dem Namen Riebel. Zuletzt waren bereits die sparten Baustoffe und Tiefbau an Kutter verkauft worden. Die Preisträger des zweiten Fotorun Kempten wurden jetzt ausgezeichnet. Bereits im September machten sich die 100 Teilnehmer auf die Jagd nach den besten Motiven in Kempten. Aufgabe war, Bilder zu Themen wie Kempten hat Ecken und Kanten oder Kempten hat Wirtschaft und Verkehr zu machen. Die Schwierigkeit lag darin, dass die zwölf Aufgaben innerhalb von acht Stunden in einer genau vorgegebenen Reihenfolge fotografiert werden mussten. Wir haben unserer Jury den Auftrag mit oder die Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben. Sie sollen unbedingt nach der Originalität und nach der Kreativität unserer Fotografen gehen, sollen dabei auch berücksichtigen, inwieweit Kempten mit in den Bildern zu sehen ist. Und ja, also unsere Jury war recht begeistert und angetan von den Bilderstrecken, die sie vorgelegt bekommen haben. Zu sehen sind die prämierten Bilderstrecken und Fotos im Foyer des Kemptener Rathauses. Die Ausstellung läuft noch bis zum 16. November. Soweit die Meldungen des Tages, jetzt noch die Wetteraussichten. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Top-Marken für jedes Wetter. Der Regen hält die Nacht über im gesamten Sendegebiet an. Vor allem am Alpenrand fallen die Schauer etwas kräftiger aus. Auch am nächsten Morgen sieht es noch nicht besser aus. Der Vormittag ist trüb und nass. Erst in der zweiten Tageshälfte lässt der Regen langsam nach. Die Sonne kommt wieder ab und zu zwischen den Wolken hervor. Donnerstag ist es trocken und schön. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 16 Grad. Der Freitag wird zwar noch etwas wärmer und teilweise sonnig, örtlich regnet es aber erneut. Auch am Samstag, teils Sonne, teils Regen, es wird wieder kühler. Die Relegationsspiele haben sie verloren, aber die Stimmung war dennoch gut. Beim letzten Spiel in dieser Saison konnten die Allgäu-Comets immerhin stolz auf ihren Meistertitel blicken. Den ersten für die Kemptener Football-Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Aus sportlicher Sicht ist das schon ein Höhepunkt. Dennoch wollten wir von den Spielern persönlich wissen, woran sie sich nach dieser Saison erinnern, an die guten und die schlechten Dinge. Was auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, ist der Tod von unserem Offensive-Lineman Sebastian. Aber was auch auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, sind die schönen Momente, die man auch als Team zusammen erlebt hat. Mit ihm und mit dem ganzen Rest des Teams. Die Saison ist vorbei, ich habe viele schöne Erinnerungen. Justin, Shane, Orlando und andere Leute kennenzulernen. Und meine Wurzeln kennenzulernen. Zu sehen, wo meine Großeltern und Urgroßeltern herkommen. Ich habe etwas Neues in meinem Leben gebraucht und das hier ist es. Ein guter Einmal, als ich direkt für meinen Bruder vorgeblockt habe, da ist natürlich normal, da wollte man sich ein bisschen mehr als bei jedem anderen. Nach jedem Sieg, vor allem wenn es knapp war, freut man sich ja noch mehr gegen Universe. Das war zum Beispiel daheim ziemlich knapp, weil wenn man es dann nochmal rumweist, das ist natürlich dann schöner, als wenn man so aus Hoch gewinnt, da ist es dann irgendwann entspannt. Und da war es halt bis zum Ende spannend. Und das war auch das Universe-Spiel, würde ich sagen. Ja genau, das war gut. Natürlich persönlich an meinen Touchdown. Ja, aber ich glaube eigentlich mein Liebstenmoment war das Kaiserslautern-Pikes-Game hier daheim, weil wir da echt kurz davor waren zu verlieren und die Mannschaft einfach super sich nochmal zusammengesammelt hat und wir das nochmal rausgerissen haben. Parktheater, einfach mit den anderen abhängen und eine gute Zeit haben. Es sind so viele gute Erinnerungen und ich werde keine einzige davon vergessen. Anstrengend. Und ich glaube, wir hatten 18 Spiele diese Saison mit Testspielen und allem. Und es war sehr anstrengend, aber auch erfolgreich mit dem Titel der GfL 2. 16 Spiele gegenüber den 8 vom letzten Jahr, aber insgesamt war es eine großartige Saison. Die Mannschaft hat ihre Sache super gemacht. Viele der jungen Spieler waren toll, wenn sie gespielt haben. Und ich kann es nicht oft genug sagen. Ich freue mich so sehr über die Unterstützung, die wir haben, von unseren Fans und der Stadt Kempten. Ich bin sehr stolz. Im Grunde haben die meisten Erinnerungen mit den Jungs zu tun, mit denen ich spiele. Das hier ist eine wirklich super Truppe und Kempten ist auch eine sehr schöne Stadt. Justin, Orlando und Travis sind tolle Leute. Ich habe so viele Erinnerungen, ich kann keine spezielle herauspicken. Hierher zu kommen und so eine tolle Mannschaft zu treffen. Die Organisation war immer gut, die Spieler sind großartig, die Fans waren unglaublich. Das werde ich nie vergessen. Diese unglaubliche Menge an Fans bei jedem einzelnen Spiel. Für mich persönlich, ich hatte kurz vor der Saison eine Bänderverletzung in der Hand. Ich konnte das erste Viertel überhaupt nicht mittrainieren. Es geht wieder aufwärts. Man merkt wieder, dass was geht mit der Hand und alles. Aber wenig Spielzeit, aber trotzdem eine schöne Saison. Ich freue mich sehr auf die nächste Saison. Ich würde gerne wiederkommen. Wir müssen noch ein wenig darüber reden, aber es sieht gut aus. Und auch nach der Werbung bleibt es bei uns sportlich mit dem Europäischen Schulsportfest. Bis gleich. Wellnessurlaub mit Arnold Reisen Folgen Sie Ihrem natürlichen Bedürfnis nach echtem Wohlbefinden und innerer Balance. Verwöhnen Sie Körper und Geist und stärken Sie Ihre Gesundheit. Wählen Sie aus zahlreichen Wohlfühlangeboten und verbringen Sie erholsame Urlaubstage in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried Strom von Kessler zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen Wechseln Sie jetzt. Wir erledigen das für Sie. Gratis und zuverlässig. Kessler. Energie für das Allgäu. In jeder Situation klare Sicht mit der Femto Sekundenlasik. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Hallo. Hallo? Den Plan habe ich gemacht von dem Gelände. Wir haben uns natürlich ausgetauscht, wie wir das Ganze gestalten wollen. Es hat sich eigentlich dann recht schnell ein Projektteam gefunden, die sich bereit erklärt haben, da auch mitzuarbeiten. Das sind weit über 1000 Stunden, die da ehrenamtlich geleistet wurden. Wenn man sich für Kinder und Jugendliche engagiert und die nehmen das dann wieder auf, dann besteht immer eine große Chance, dass die das auch später in ihrem Erwachsensein weiter transportieren. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Machen Sie mit beim Sparwochen-Gewinnspiel. Teilnahme und Informationen bei allen Volksbanken-Reifeisenbanken. Ziegel vom Ziegelwerk Kloster Beuren. Zukunft seit Jahrhunderten. Integrierte Dämmung geschützt im Ziegel, natürlich und ökologisch. Das ist der neue MZ7. Der MZ7. Die erste Wahl für Ihr Wohlfühlhaus. Vom 13. bis 21. Oktober erwartet Sie der Memminger Jahrmarkt mit vielen Fahrgeschäften für groß und klein. Beim verkaufsoffenen Sonntag am 14. Oktober haben die Ladengeschäfte von 13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Und am Freitag, 19. Oktober ist Kinder- und Familientag mit ermäßigten Preisen. Beim Krämermarkt vom 16. bis 18. Oktober bieten die Händler eine große Auswahl an Waren an. Sechs Jahre ist es inzwischen her, da haben die Gymnasien in Hohenschwangau und Reute im Tirol gemeinsam ein europäisches Schulsportfest organisiert. Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen fünf Jahren anderswo ausgetragen wurde, macht sie jetzt wieder hier Station. Knapp 300 Schülerinnen und Schüler aus fünf Nationen nahmen auch diesmal wieder am größten privat organisierten Sportfest für Schülermannschaften teil. Ein Stadion-Einlauf bei strömendem Regen, das hatten sich die Mannschaften eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Doch dem sportlichen Ehrgeiz tat das keinen Abbruch. Zum Auftakt des europäischen Sportfests stand heute Leichtathletik auf dem Programm. Bereits zum 42. Mal findet der Wettbewerb statt, wobei er deutlich kleiner angefangen hat. Das war ursprünglich am Ende der 60er Jahre, 1968 war das ein Wettkampf auf bilateraler Ebene, ein Wiener Gymnasium und ein Budapester Gymnasium. Und der damalige Sportlehrer in Wien, Professor Otto Huber, ist eigentlich der eigentliche Begründer dieses europäischen Sportfestes. Er hat dann eine Schule nach der anderen eingeladen, darunter auch Reute. Heute nehmen Mannschaften aus Deutschland, Österreich, Italien, Rumänien und Ungarn teil. In acht unterschiedlichen Disziplinen haben sie sich miteinander gemessen. Doch neben dem sportlichen Ehrgeiz hat das europäische Sportfest noch etwas anderes zum Ziel. Der Reiz ist die internationale Begegnung, über den Tellerrand hinausschauen. Wir bilden uns ein oder haben uns immer eingebildet, dass wir auch einen Beitrag für Europa, für den Frieden in Europa leisten. Klein, aber fein. Wir sind damals noch nach Ungarn gefahren mit den Grenzbalken, Maschinengewehre an der Straße. Das war furchterregend. Heute ist diese kleine Idee im Großen verwirklicht. Ganz groß auch die Leistung der Sportler. Ob beim Hochsprung oder in anderen Disziplinen, die Ergebnisse waren durchaus vorzeigbar, trotz schlechten Wetters. Natürlich beeinflusst das den Wettbewerb, vor allem die Leistungen der Schüler. Die sind natürlich dann etwas schlechter. Wir sind aber dennoch ganz zufrieden, weil es ja, nachdem es heute Nacht sehr stark geregnet hat und jetzt heute Morgen auch noch, immer wieder mal ein bisschen tröpfelt. Und wir insgesamt haben jetzt die Hälfte des Wettkampfes hinter uns und sind ganz optimistisch, dass wir das über die Bühne bringen, ohne dass uns die Schüler zu nass werden oder krank werden. Und dann natürlich, wenn sie einfach zu lange im Regen draußen stehen. Welche Schule das Sportfest ausrichtet, wechselt von Jahr zu Jahr. Europäischer Austausch ist den Organisatoren hier wichtig, auch wenn sich einige Schulen den nötigen Aufwand teilen. Der organisatorische Aufwand ist riesengroß. Und jetzt ist es so, dass immer, wenn es geht, zwei Schulen das zusammen machen, die in räumlicher Nähe sind. Also zum Beispiel, bei uns bietet sich das an Reuthe und Honschwanger. Die zwei Wiener Schulen machen das zusammen. Und dann gibt es natürlich auch Schulen, die das alleine machen müssen. Die machen das aber in größeren Abständen dann. Also das heißt, die Organisatoren, die Schulen, die das zu zweit machen, kommen in kürzeren Abständen dran und die anderen dann in etwas weiteren Abständen, um das Ganze wieder einigermaßen gerecht zu machen. Am morgigen Mittwoch stehen in Fronten die Schwimmwettbewerbe auf dem Programm. Am Donnerstag wird noch Fuß und Basketball gespielt. Erst dann kann letztendlich der Sieger ermittelt werden. Da ist ein Riesen-Ehrgeiz dabei. Sie sehen, da sind zum Teil Vereinssportler dabei, die natürlich viele Wettkämpfe bestreiten, sehr gute Leistungen bringen. Die haben natürlich ein Riesen-Ehrgeiz und es geht darum, als Schule möglichst weit vorne zu landen. Wir machen jetzt zum ersten Mal eine gemeinsame Wertung Buben und Mädchen zusammen. Bisher waren immer die Buben extra gewertet, die Mädchen. Und jetzt machen wir eine Wertung Buben und Mädchen zusammen. Aber nur für die ersten drei. Und natürlich haben wir das Ehrgeiz, aber es macht Spaß. Spaß gemacht, das hat es den Teilnehmern auf jeden Fall. Auch wenn das Wetter heute zu wünschen übrig ließ. Das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.